Hallo und herzlich willkommen bei einer Wanderfalko von Let's Play Diablo 3 und wir sind auf dem Weg zu Osser. Es ist so wunderschön. Oh, schön und tödlich bestimmt. Genau, schön und tödlich. Das geht noch nicht. Ja, gehe ich jetzt mal rein in den mutterigen Keller. Das war kurz vor der Gang. Hältst mir bitte, so helft mir doch. Ihr schweigt! Der Meister befiehlt uns, sofort weitere Sklaven zu fangen. Geht in die Oase und entführt die Dorfbewohner. Tötet alle, die sich wehren. So gewinnen wir gleichzeitig Verbündete und vernichten Feinde. Danke, danke. Diese ekelhaften Geschöpfe haben meine Waren geplündert. Jetzt, da ihr mich gerettet habt, werde ich euch gern das Privileg gestatten, sie stattdessen zu kaufen. Manchmal wehren. weg zu sein das ist nicht meine Absicht ich glaube die Orte sind wirklich das Schicksal der Welt hängt von unserer Aufgabe ab das ist eine Lose das ist eine Lose da war nicht eh alles immer dross ist vertaubung da bin ich mir vor allem erhalten Ah, ich denke, ich habe ihn. ich weiß nicht ob die feinde überhaupt es ist nicht wahr aber was sind die feinde dieses portal wird mich zum kopf von solton cool bringen es 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 Das ist ein Monster. gut wie geht es da? oh gut wow wow Oh mein Gott! doch nicht bereit ich bin schwer verletzt ich bin schwer verletzt Das geht noch nicht. Zusammen mit dem schwarzen Seelenstein. Sie suchen dort nach dem Kopf von Sultun Kull. Durchkämmt die Oase danach. Der Schädel enthält noch uralte Magie. Und ich muss ihn haben. Noch nicht bereit. Der Schädel muss wirklich lange zum Aufbruch zu tun sein. Haha! Ihr werdet ihr ab, wenn du sie nicht mehr zählst. Mein Meister will ja ein Verlag nach eurem Blut. Sie sind schwer verletzt. Das ist verschlossen. Gut, ich kann noch nicht rein. Oh, hier ist Neuele. Schlamme Kakao. Hören Sie gut zu. Oh, noch welche. Nö. Nö. Ihr heißt es leer, als eure Verbündete zu haben. Ja. Für jemanden ihres Alters ist sie. Ich zieh was. Mut definiert sich nicht über das Alter. Ah, mutig. Ich brauche mir Zeit. Das geht noch nicht. Was ist das? Ich bin der Fall auf. Ich bin der Fall auf. Ich bin der Fall auf. Doch nicht, Bergen. Es sei nur Wüste. Alles worum er bat war, dass das Land für immer seinen Namen gehalten wird. Kann hier was mehr ist in Fertigkeiten? Aber das...lingt auch gut. Jo, wo sucht man sich mal gut? Ich kämpfe eh meistens auf Maximum nicht. Ich brauche mehr Zeit! Mist! Oh Gott! Komm, ich werde da rein! Komm, ich werde da rein! Ich bin geheilt! Mach ich doch lieber so... Das ist doch schlimmer. Kann ich mir den Schalt machen. Ich wollte diese Höhle dort nach Wertsachen durchsuchen. Aber nach all dem... Sie gehört ganz auch nicht. Danke! Mit? Bevor ihr geht, werdet ihr vielleicht an einigen meiner bisherigen Fundsachen interessiert? Ich werde da mit dem und 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 dem den und dem und dem und dem und dem das ist. Gut, Israel ist mit letzter Pläne für den Herdenstart. da drüben ist ein mächtiger feil dann das ist ein und hat das führt meine hart Ich bin wieder gesorgt. Ich bin wieder gesorgt. Ich grüße dich. Das ist ein Riesenschwert. Nein! Riesenschwert? Das ist genau so groß. Also... Schaden... Schaden... Jo, ja, Schaden. Uh! Gut, wir haben was für einen Templer. Gucken wir rein. Ich habe ihn jetzt zwei. Los geht's. Ich bleib schön da. Ich wurde geheilt. Noch nicht bereit. Das geht noch nicht. Boah, fast. Und komm. Die Schatzkoblins, die sind wirklich zum... Daherin gedacht. Guck. Wenn der Wicke ist... Wir brauchen den Wicke, den wir weitern können. Ich muss kurz keine Gewehr. Wir brauchen den Wicke. 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 ich bin wieder gesund und kiste und immer nach trinken zu kreisen zu oase von teil wo kam ich nichts über ein monstrum da rein muss ich noch lernen Was komm ich da rein? Was komm ich da rein? Ich kann jetzt wohl flyen gehen, wo ihr ihn hinwollt. Ich habe den B-Ball. Ich muss hier raus. Dann geht. Noch nicht bereit. Oh Gott. Boah, ein paar Monster besiegt jetzt in der Zeit. So, Warnung, Achtung. Aber nur vielleicht. Graf von Sardau. Finde ich den Schatz von Sardau. Schönen. Und mich im Westen auf die Suche nach konsuleren Gefühlen machen. Schön. Boah. Gut. 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 ich habe vor ich runter gehe ich erst mal zurückreisen wir können sagen zu kreisen ja gut zu den beliebigen zeitpunkt will ich nicht von mir soll gibt es etwas passeres für mich da nicht da nicht rost nein amulette für mich nicht ich bin ja auch nicht für mich hochging oder Sie werden Reis ausnehmen, wenn Sie uns sehen. Genau, die Kredite drauf geht ja noch. Kleider, ich habe für den ein Buch, ich nehme den Leben, lebe durch den Gegner, genau das. Das wird helfen. Gut. Oh nie. Das hätte ich jetzt vormachen müssen. Das geht ein Gelben, genau. Ja, die Stahlkölben. Ja, die Verzauberung damit. Ich freue mich über jede Gelegenheit mit euch zu reisen. Ja, ich auch. Verwerben. So, wer hat hier alles? Wie kriege ich denn diese Seiden? Seiden. So. Grabe ich noch hier auf das Graue Zeug. Ich nehme meine Kiste rein. Das ist schwer. Alles, was es wert ist, getan zu werden, ist schwer. Gut. Gut. Ich habe jetzt. So. Wie es nun weiter geht. Und die Ruinen von, was betreten die, wie ver... In der nächsten Woche betreten wir die vergessenen Ruinen von, in der Watte von Dalkor. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.